Was die Öffentlichkeit nicht weiß, nur ein kleiner Teil der von Polizisten Getöteten sind Schwerverbrecher, Mörder, Geiselnehmer oder Bankräuber. Der weitaus größere Teil, zwei Drittel, sind Verwirrte, Lebensmüde und psychisch Kranke. Manuel F., Betriebswirt. Nach dem Diplom infolge eines schizophrenen Leidens und Drogenkonsums arbeitslos. Am Vormittag des 28. Juni 2013 kommt es zu dem Vorfall, der auch international für Aufsehen sorgt. Im Zentrum der Hauptstadt, unweit von Parlament und Regierungszentrale. Dort, wo Berlin ganz besonders sicher sein will. Im Neptunbrunnen, Magnet für Touristen aus aller Welt, erschießt ein Polizist einen nackten Mann. Ohne Warnschuss. Gezielt in den Oberkörper. Einen Kranken, der eigentlich Hilfe brauchte. Dennoch wird das Ermittlungsverfahren gegen den Schützen schnell eingestellt. Doch die Familie des Opfers will einen Prozess gegen den Schützen erzwingen. Termin beim Rechtsanwalt, dem Strafrechtler Hubert Reiling. Nach erfolglosen Beschwerden gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens klagen Alexander und Enrico F. nun vor dem Bundesverfassungsgericht. Dabei hoffen sie vor allem auf die Beweiskraft von Videos, die Passanten filmten. Das war keine Notwehr. Da ist von Notwehr gar nichts zu sehen. So viele Leute. Manuel hätte man umgestupst einfach. Er hätte ihm doch ins Bein schießen können. Warum zielt er denn in Kopfhöhe? Ich weiß auch nicht, warum der Polizist mit einer Waffe da überhaupt reingegangen ist. Was soll das denn? Also, sehen Sie, das ist ein nackter, kranker, geisteskranker, offensichtlich unter Drogeneinfluss stehender Mann, der da in einem Brunnen steht. Was erwartet der Polizist von einem Geisteskranken? Hier ist polizeimäßig das diametrale Gegenteil gemacht worden, was in den polizeilichen Dienstanweisungen von diesen Waffenträgern verlangt wird. Der hätte niemals eine Waffe zücken dürfen. Der hätte ihren Bruder streicheln müssen oder auf ihn beruhigend einreden müssen. Oder den sozialpsychiatrischen Dienst rufen müssen. Oder das SEK. Ihr Sohn müsste heute noch leben. Die hätten mich anrufen können. Er müsste heute noch leben. Ich wäre in einer Viertelstunde da gewesen und dann meinen Bruder da rausgezogen. Ja, in einzelnen Fällen herrschen de facto texanische Verhältnisse. Ballern überforderte Polizeibeamte einfach drauf los. Wenn ohne Gerichtsverhandlung dieser Fall einfach wieder zu den Akten gelegt wird, dass das gar keine Konsequenz haben soll für den Polizisten oder für die Staatsgewalt insgesamt, dann besteht doch die Gefahr, dass sowas ständig wieder passiert. Weil es soll eine Signalwirkung auch davon ausgehen, dass in Zukunft solche Sachen eben nicht mehr so ablaufen und in Zukunft keine Unschuldigen mehr erschossen werden müssen. Wäre der Tod des psychisch Kranken vermeidbar gewesen? Wir rekonstruieren den Polizeieinsatz. Bilder einer Überwachungskamera, etwa eine halbe Stunde zuvor. In einem Schnellimbiss hinterlässt Manuel F. mehrere zusammengeknüllte Geldscheine für ein Brotmesser, das er sich greift. Damit ritzt er sich draußen die Unterarme, bis sie bluten. Schließlich faltet er ordentlich die Kleidung. Er badet splitternackt. Kurze Zeit später geht in der Einsatzleitzentrale der Polizei ein Funkruf ein. Person mit Messerstichverletzungen im Brunnen meldet ein Wachpolizist, der den Nackten mit gezogener Pistole zur Rede stellt. Er sei der Messias, entgegnet Manuel F. Und fügt sich einen weiteren Schnitt zu. Diesmal am Hals, aber nicht lebensgefährlich. Andere Menschen hat der im Brunnen liegende bisher nicht bedroht. Dennoch umstellen nun zehn Polizisten den Brunnen. Überwiegend mit gezogenen Pistolen. Schon dies sei fatal, sagt Psychiatrie-Professor Asmus Finzen, der mehrere Tötungen von Kranken durch Polizisten analysiert hat. Warum halten Sie nicht Abstand? Das wäre doch gut möglich gewesen, weil Menschen, die schwere psychische Krankheiten haben, haben ein verändertes Gefühl für den Abstand, den sie zwischen sich und anderen Menschen brauchen. Sie brauchen einen sehr viel größeren Abstand. Und wenn man eine Krisensituation ohne Gewalt beenden will, die haben wir ja auch in der Psychiatrie gelegentlich, dann muss man als erstes Abstand halten. Als zweites muss man dafür sorgen, dass es eine Person ist, die versucht, Kontakt aufzunehmen und nicht ein halbes Dutzend. Und man muss versuchen, geduldig, begütigend und beruhigend auf diesen Menschen einzureden. Immer bedenken, dass man ihm nicht zu nahe kommen darf. Ich beruhige doch nicht so eine Person, indem ich ihm scharfe Waffen unter die Nase halte. Einer der Polizisten hier links versucht zu beruhigen. Ohne seine Waffe zu zeigen, nähert er sich und bietet Hilfe an. Doch ein weiterer Beamter, rechts im Bild, steigt plötzlich in den Brunnen. Als der Nackte das bemerkt, eskaliert die Situation. Der psychisch Kranke, der psychotische Mensch, reagiert völlig anders als der gewöhnliche Kriminelle. Wenn der in die Enge getrieben ist und sieht, dass die Situation aussichtslos ist, lässt er die Waffe fallen. Der psychisch Kranke gerät in Panik und erst in der Situation greift er zu seiner Waffe. Rechtsprofessor Thomas Feldes ist einer der renommiertesten deutschen Polizeiwissenschaftler. Er hält den Einsatz gegen den Kranken auch juristisch für fragwürdig. Er war im Brunnen, hat sogar gesessen, wenn ich das richtig gesehen habe, zu Beginn, ist dann aufgestanden. Aber erst nachdem der Polizeibeamte sich ihm genähert hat. Und hier haben wir den typischen Fall im Grunde genommen, dass es keine Notwendigkeit gab, diese Situation so zu provozieren, wie es der Polizeibeamte getan hat. Es ging von der Person keine unmittelbare Gefahr aus. Er hätte abwarten können, er hätte abwarten müssen. Noch hat der Beamte Zeit zu reagieren. Zunächst beträgt der Abstand zu Manuel F. rund sieben Meter. Doch der Polizist reagiert spät, erst als ihm der Kranke gefährlich nahe kommt. Dann schießt er gezielt in den Oberkörper, ohne Warnschuss. Hörst du weg! Hörst du weg! Die nackte Person bewegt sich ja relativ langsam. Das heißt, er hätte auch erst nochmal zurückgehen können. Den Brunnen verlassen können und schauen können, was macht er. Bleibt er vielleicht in dem Brunnen drin, aus bestimmten Gründen, weil er das als sicher empfindet. Alles das hätte man abwarten können. Hinzu kommt, dass er ganz offensichtlich die einschlägigen Richtlinien für den Schusswaffengebrauch missachtet hat. Das heißt, er hätte warnen müssen, er hätte den Schuss androhen müssen, gegebenenfalls auch einen Warnschuss abgeben müssen. Jetzt haben wir hier das Video in Zeitlupe. Man sieht das Opfer, das nackte Opfer langsam auf den Schützen sich zubewegen. Die Schussabgabe befolgt ganz eindeutig, bevor der Mann den Brunnenrand berührt, den er dann ohne Mühe verlassen kann. Er hätte einfach ohne Schussabgabe den Brunnen komplikationslos verlassen können. Dann wäre der Mann heute noch am Leben. Hier wird der Warnschuss gar nicht erst trainiert. Mittwochs ist sogenannter Messertag. Hauptstadtpolizisten üben den Schuss gleich in den Oberkörper. Trotz gesetzlicher Pflicht, immer das mildeste Mittel zu wählen, den Schuss zunächst anzudrohen oder vorher in die Luft zu schießen. Ihre Kollegen zielen ja sofort Richtung Oberkörper. Warum wird nicht auf die Beine gezielt? Ja, weil ich einfach keine andere Chance mehr habe, als das vitale Dreieck zu benutzen. Weil ich sonst mein Leben nicht mehr schützen kann. Und ich weiß auch nicht, wie der Treffer auf die Beine, welche Wirkung der Treffer erzielt. Wenn ich den Angriff damit nicht stoppe, bin ich danach tot. Auch wenn die Polizisten eigentlich mit einer stich- und schusssicheren Weste ausgerüstet sind? Das bleibt dahin gesteckt. Das kann ich nicht sagen. Da fehlt mir jetzt die Tests von den Schutzwesten. Das sogenannte vitale Dreieck. Tatsächlich ein potenziell tödliches Dreieck im Bereich um Herz und Lunge. Obwohl die Beamten Schutzwesten tragen. Obwohl in der Hauptstadt noch kein Polizist erstochen wurde. Training im sogenannten Schießkino. Schulmäßig der Versuch, einen flüchtigen Gewalttäter zu stellen. Zuerst die Warnung. Polizei! Keine Bewegung! Oder ich schieße! Dann der Notwehrschuss in den Oberkörper des Bewaffneten. Mehrere tausend Mal muss das ein Polizist in seinem Berufsleben üben. Wir müssen die Kollegen dazu bringen, durch ständiges Training ihre Handlung zu automatisieren. Diese Stresssituation einfach so zu bewältigen können, dass automatisierte Handlungen dazu führen, dass sie rechtlich richtig korrekt arbeiten, ohne großartig nachzudenken. Rechtlich korrekt arbeiten? Ohne großartig nachzudenken? Also ich denke, dass es viele Fälle gibt, wo Polizeibeamte im Umgang mit psychisch kranken Fehler machen. Dass diese Fehler tödlich enden, diese Fälle nehmen zu leider, weil eben auch die psychischen Störungen und die Ausprägungen zunehmen. Alleine in den letzten fünf Jahren wurden bundesweit 38 Menschen durch Polizeikugeln getötet. Nur ein kleiner Teil der Erschossenen, hier schwarz, waren Kriminelle im engeren Sinn. Beziehungsweise die Hintergründe sind unklar. Hingegen waren rund zwei Drittel der von Polizisten Getöteten psychisch Kranke, Verwirrte oder Lebensmüde. Eine erschreckend hohe Zahl, die jedoch unbekannt ist, weil die offizielle Statistik sie gar nicht erst erfasst. In der Mehrzahl starben Kranke und Verwirrte. Weil sie womöglich gefährlicher sind als Kriminelle? Dass psychisch Kranke generell unberechenbar und gefährlich sind, ist ein Mythos. Es ist extrem selten, dass Menschen, die fremd sind, zu Opfern von psychisch Krankenwerden. Zwar wurden im selben Zeitraum auch zwei Polizisten im Dienst getötet. Doch ausschließlich von Kriminellen. Psychisch Kranke, laut Statistik für Polizisten weniger gefährlich. Aber der Mythos von gefährlichen Irren ist gefährlich. Und zwar für den Kranken. Berlin-Reineckendorf im August 2011. Durch eine Polizeikugel stirbt die 53-jährige Andrea H. Getötet in ihrem Zimmer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Die Nachbarn in der Großsiedlung sind entsetzt. Weil es eigentlich eine liebe Frau war. Ich finde das nicht so cool, dass da gleich geschossen wurde. Ganz ehrlich. Nun weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn die ganze Polizei dann schon gleich dabei war. Vielleicht bringt das so eine Leute zusätzlich in Panik. Ein polizeilicher Großeinsatz, der aus dem Ruder lief. Dabei ist der Fall zunächst Routinesache, sowohl für die Leiterin der Einrichtung, als auch für die beteiligten Verwaltungsbediensteten und Polizisten. An diesem Morgen soll Andrea H. bei Gericht vorgeführt werden. Zur Klärung ihrer weiteren Betreuung. Wir sind hier in einer WG für psychisch kranke Menschen, die rund um die Uhr betreut werden, die Wahnvorstellungen haben und die zum Teil diese Wahnvorstellungen auch ganz massive Ängste hervorrufen. Frau H. gehörte zu denjenigen, die sich sehr in ihr Zimmer zurückgezogen hat, die ihren Schutz brauchte, sich dort ihre eigene Welt gebaut hat. So auch an diesem Morgen. Die Kranke reagiert panisch auf die Besucher. Frau H. hatte sich in ihr Zimmer eingeschlossen. Und die Mitarbeiter aus dem Bezirksamt haben ihr Anliegen vorgebracht. Frau H. hat sie angeschrien durch die Tür. Daraufhin wurde dann der Schlüsseldienst geholt. Der Schlüsseldienst hat das Schloss aufgebrochen und der Polizist stellte sofort seinen Fuß in die Tür, was sicherlich für Frau H. zusätzlich beängstigend war. Wie hat sie reagiert? Ich hörte dann nur noch, dass der Polizist sagte, Messer, alle zurück. Und die Tür erstmal wieder rangezogen hat. Nun werden Betreuer und die übrigen Bewohner aus der Wohnung verwiesen. Andrea H. hat den Polizisten mit dem Kliffenmesser leicht verletzt. An der Hand, was der Beamte zunächst gar nicht merkt. Aber jetzt wird ein Spezialeinsatzkommando gerufen. Doch in der örtlichen Dienststelle beginnt gerade eine sogenannte Einsatzhundertschaft ihren Dienst. Das sind einfache Bereitschaftspolizisten. Ausgebildet für handgreifliche Demonstrationseinsätze. Aber auch für Festnahmen. Und die meinen, dass für die Festnahme einer psychisch kranken Frau kein Spezialeinsatzkommando nötig sei. Deshalb wird das SEK gar nicht erst informiert. Derweil zweifeln die Bezirksamtsmitarbeiter am Sinn einer gewaltsamen Vorführung. Doch weil sie nur Amtshilfe für das Gericht leisten, dürfen sie den Einsatz nicht selbst absagen. Aber sie schlagen telefonisch Alarm. Frau H. war sichtbar. Nicht in der Lage dieser Vorführung vom Amtsgericht aus dem Tagesgeschehen heraus noch Folge zu leisten. Es hätte auch inhaltlich vermutlich vor Gericht nichts gebracht. Und es war dringendst geboten aus Sicht meiner Mitarbeiter, die aber keine Ärzte sind, dann vielleicht erst mal medizinische Hilfestellung zu leisten. Deshalb rufen sie sofort bei Gericht an. Auch dort ist man nun der Meinung, dass Andrea H. besser in ein Krankenhaus gebracht wird. Damit ist der Vorführbefehl juristisch vom Tisch. Nach meinem Kenntnisstand sind selbstverständlich die Polizisten davon informiert worden. Doch die Polizisten lassen niemanden mehr heran an ihren Einsatzort. Nicht einmal die Betreuer der Einrichtung. Obwohl die Andrea H. kennen und ihr Vertrauen genießen. Man hätte in dem Moment den Einsatz unterbrechen können, eine neue Lagebeurteilung herbeiführen, sich besprechen, gucken, ob es Personen gibt, die da zur Beruhigung beitragen und möglicherweise den Einsatz ganz abbrechen. Hier lief er automatisch durch, ohne dass wir was dazu beitragen konnten, ihn in irgendeiner Weise glimpflich zu beenden. Es hätte an ihrer Ehre quasi gekratzt, wenn sie sich zurückgezogen hätten und gesagt hätten, okay, jetzt holen wir andere, die das Problem lösen, die vielleicht dafür psychologisch besser qualifiziert sind oder auch von der Ausrüstung her besser qualifiziert sind. Das sind diese Dynamiken, die wir eben auch in unseren Studien festgestellt haben, wo dann im Grunde genommen die rationalen Entscheidungen zurücktreten, zugunsten einer Entscheidung, ich will das jetzt zu Ende bringen. Eingreifen müssen die Polizisten jetzt eigentlich nur, falls Andrea H. andere Menschen gefährdet. Oder sich selbst. Doch sie hat sich nur in ihrem Zimmer verbarrikadiert. Trotzdem beziehen die Bereitschaftspolizisten Stellung. Zwei Beamte mit Schild, dahinter zwei Polizisten mit Reizgassprühgeräten, der Zugführer mit Pistole, vor ihm ein Mann mit einer Ramme. Das Mittel der Ramme verstärkt natürlich die Bedrohungssituation. Das würde auch die Bedrohungssituation für jeden Gesunden über jedes Maß hinaussteigern. Und beim Psychosekranken kann man sich das gar nicht vorstellen, was das auslöst. Eine existenzielle Vernichtungsangst. Wie im Übungsfilm brechen die Polizisten nun die Tür auf. Mit Stahlschild drängen sie hinein, benutzen Pfefferspray. Vom Reizgas blind fuchtelt die Kranke mit dem Messer, aber ohne jemanden zu verletzen. Weil in der Reizgaswolke ein Polizist einen Schritt zurück macht, wähnt ihn sein Zugführer in Lebensgefahr. Sofort schießt er der Kranken in den Oberkörper. Fest steht, dass es nach all dem, was wir polizeitaktisch wissen, schiefgelaufen ist. Da sind Fehler gemacht worden. Und, ungeachtet jetzt mal der strafrechtlichen Bewertung, die Polizeibeamtinnen und Beamten müssten sich auch moralisch Vorwürfe machen, weil sie ganz offensichtlich den Tod einer unschuldigen Frau verursacht haben. Seit fast zwei Jahren trauert Brunhilde C. um ihren Sohn André. Hier ist erst mal seine Urkunde von der freiwilligen Polizei. Das hat ihm Freude gemacht. Sein Vater war Beamter und er liebte das Beamtentum. Er war ein sehr williger Mensch. Er war sehr für alte Leute, für Tiere war er. Er war eigentlich ein sehr guter Mensch und auch ein sehr guter Sohn. Ein ehrenamtlicher Hilfspolizist. Nach mehreren persönlichen Katastrophen innerhalb weniger Monate erlitt der gelernte Mahler einen Nervenzusammenbruch. Depressionen und Alkohol verstärken seine Psychose. Er hat Wahnvorstellungen, hört Stimmen. Er hat so sehr gelitten unter dem Tod meines Mannes und hier, hier ist nochmal sein Sohn, hier bei uns in der Wohnung. Den hat er ja auch verloren, der ist ja auch verstorben vor zwei Jahren, ganz plötzlich. Und irgendwie, das nahm er sich eben alles sehr zu Herzen. Es wurde zuvor von niemandem irgendeiner Gefahr gemeldet. Die Benachrichtigung der Polizei ging nicht annähernd in die Richtung, da ist ein Messerstecher oder ein Angriff, überhaupt nicht. Es gab nicht im Ansatz irgendwelche bedrohlichen Situationen. André C. steht auf dem Fußweg und trinkt Bier. Dann kommt ein Streifenwagen. Die Fundorte der Patronenhülsen zeigen später, wo die Polizisten während der Schüsse stehen. Offenbar feuern sie aus sicherer Entfernung zunächst drei Warnschüsse ab. Aus einer Entfernung von sieben, acht Metern forderten sie ihn wiederholt auf, Messer weg, Messer weg. Der reagierte nicht, weil er psychisch krank und alkoholisiert, der reagierte nicht. Er ist mit sich beschäftigt, er ist versponnen, er ist gefangen nach seiner Krankheit gewesen. André C. ist wie erstarrt und schweigt. Doch die Polizisten werden hysterisch, berichten Zeugen. Den knall ich jetzt weg, glauben zwei Anwohner aus dem Munde eines Beamten zu hören. Und den mache ich fertig. Laut Zeugen macht der Kranke einen Schritt auf die Beamten zu. Und die schießen eine ganze Salve. Aus sieben bis zehn Metern wurde er getroffen. In den Fuß und in den Bauch. Das war völlig überzogen. Es wäre was anderes gewesen, wenn das Opfer eine Schusswaffe gehabt hätte. Oder eine Geisel. Aber der konnte niemanden angreifen, weil weit und breit war kein Mensch. Bei sieben Meter Abstand bin ich nicht in einer Gefahrenzone als bewaffneter Polizist. Erst recht, wenn der Mann nichts gesagt hat, nichts gemacht hat. Die hätten abwarten müssen, ihn in ein Gespräch verwickeln müssen. Die Verstärkung kam mir ein, zwei Minuten später schon an. Insgesamt zehnmal schießen die Polizisten. Sechsmal wird der psychisch Kranke getroffen. Als die Verstärkung kommt, gehen André C.'s Qualen weiter. Denn obwohl schwer verletzt, will er noch immer nicht das Messer hergeben. Das kann er nicht. Er ist psychotisch. Und in seiner psychotischen Angst ist er auch in einer psychotischen Starre. Er hält krampfhaft an dem fest, von dem er denkt, das kann ihn beschützen vor all dem Übel, was ihm da widerfährt. Er hält sich an dem Messer fest, könnte man auch sagen. Passanten filmen, was dann geschieht. Also man sieht jetzt ganz offensichtlich, die Person ist schutzlos am Boden. Sie ist aber auch nicht in der Lage, von sich aus irgendeine Gefahr darzustellen. Er kann nicht mehr aufstehen, er ist hier ans Bein getroffen. Spätestens jetzt wäre die Gelegenheit zu sagen, okay, wir ziehen uns ein oder zwei Meter zurück und warten eben, bis eine geeignete Eingreiftruppe da ist, die eben mit entsprechenden Schutzausrüstungen versehen ist und da auch darauf trainiert ist, so jemanden eben in Gewahrsam zu nehmen oder auch ein Psychologe da ist, der dort gegebenenfalls dann mit der Person spricht. Es ist niemand gefährdet. Jetzt wird versucht, noch Pfefferspray auf die Person zu sprühen. Auch ein klassischer Fehler. Man weiß genau, dass Pfefferspray bei psychisch kranken Personen eher noch die Aggressivität anregt. Das sind ja Liter von Pfefferspray, die da versprüht werden. Nochmal mit einer größeren Dosis Pfefferspray. Ganz offensichtlich sind jetzt die Polizeibeamtinnen und Beamten hier oder fühlen sich herausgefordert, die Situation zu Ende zu bringen. Man will nicht auf sich sitzen lassen, dass man es nicht geschafft hat, den festzunehmen bislang. Und will jetzt unter allen Umständen, das ist sowas wie Polizeiehre, das zu Ende bringen. Jetzt kommt eine weitere Eskalationsstufe, absolut unnötig, den Hund auf die Person zu hetzen. Es gab überhaupt keine Gefahr mehr, die von der Person ausging. Was das sollte, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also da ist so ziemlich alles falsch gemacht worden, was man falsch machen kann. Nach zwei Wochen im Koma erliegt André C. seinen Verletzungen. Seither kämpft die Mutter darum, dass den Polizisten der Prozess gemacht wird. Schulbuchmäßig ist es eindeutig entweder eine vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge. Wenn man eine Notwehr bejaht, ist es ein Notwehrexzess von dem Zeitpunkt aus, wo die Person am Boden liegt. Also alles das, was wir unseren Studierenden an der Hochschule beibringen, wenn man das anwendet, müssten zumindest einige der Polizeibeamtinnen und Beamten verurteilt werden. Anders die Staatsanwaltschaft. Gegenüber dem Kranken hätten die Polizisten wörtlich alles versucht, um ihn möglichst schonend zu überwältigen. Zitat Ende. Das Ermittlungsverfahren wurde deshalb eingestellt. Ebenso wie das um den Tod von Manuel F. im Neptunbrunnen und den von Andrea H. in der betreuten Wohngemeinschaft. Folge? Kein Prozess, also keine öffentliche Aufarbeitung, also keine politischen Konsequenzen. Wenn ich den Angriff damit nicht stoppe, bin ich danach tot. Auch wenn die Polizisten eigentlich mit einer stich- und schusssicheren Weste ausgerüstet sind? Und das bleibt dahin gesteckt. Das kann ich nicht sagen. Da fehlt mir jetzt die Tests von den Schutzwesten. Das sogenannte vitale Dreieck, tatsächlich ein potenziell tödliches Dreieck im Bereich um Herz und Lunge. Obwohl die Beamten Schutzwesten tragen, obwohl in der Hauptstadt noch kein Polizist erstochen wurde. Training im sogenannten Schießkino. Schulmäßig der Versuch, einen flüchtigen Gewalttäter zu stellen. Zuerst die Warnung. Polizei! Keine Bewegung! Oder ich schieße! Dann der Notwehrschuss in den Oberkörper des Bewaffneten. Mehrere tausend Mal muss das ein Polizist in seinem Berufsleben üben. Wir müssen die Kollegen dazu bringen, durch ständiges Training ihre Handlung zu automatisieren. Diese Stresssituation einfach so zu bewältigen können, dass automatisierte Handlungen dazu führen, dass sie rechtlich richtig korrekt arbeiten, ohne großartig nachzudenken. Rechtlich korrekt arbeiten? Ohne großartig nachzudenken? Also ich denke, dass es viele Fälle gibt, wo Polizeibeamte im Umgang mit psychisch kranken Fehler machen. Dass diese Fehler tödlich enden, diese Fälle nehmen zu, leider, weil eben auch die psychischen Störungen und die Ausprägungen zunehmen. Alleine in den letzten fünf Jahren wurden bundesweit 38 Menschen durch Polizeikugeln getötet. Nur ein kleiner Teil der Erschossenen, hier schwarz, waren Kriminelle im engeren Sinn. Beziehungsweise die Hintergründe sind unklar. Hingegen waren rund zwei Drittel der von Polizisten Getöteten psychisch Kranke, Verwirrte oder Lebensmüde. Eine erschreckend hohe Zahl, die jedoch unbekannt ist, weil die offizielle Statistik sie gar nicht erst erfasst. In der Mehrzahl starben Kranke und Verwirrte. Weil sie womöglich gefährlicher sind als Kriminelle? Dass psychisch Kranke generell unberechenbar und gefährlich sind, ist ein Mythos. Es ist extrem selten, dass Menschen, die fremd sind, zu Opfern von psychisch Krankenwerden. Zwar wurden im selben Zeitraum auch zwei Polizisten im Dienst getötet. Doch ausschließlich von Kriminellen. Psychisch Kranke, laut Statistik für Polizisten weniger gefährlich. Aber der Mythos von gefährlichen Irren ist gefährlich. Und zwar für den Kranken. Amtsgericht aus dem Tagesgeschehen heraus noch Folge zu leisten. Es hätte auch inhaltlich vermutlich vor Gericht nichts gebracht. Und es war dringendst geboten aus Sicht meiner Mitarbeiter, die aber keine Ärzte sind, dann vielleicht erst mal medizinische Hilfestellung zu leisten. Deshalb rufen sie sofort bei Gericht an. Auch dort ist man nun der Meinung, dass Andrea H. besser in ein Krankenhaus gebracht wird. Damit ist der Vorführbefehl juristisch vom Tisch. Nach meinem Kenntnisstand sind selbstverständlich die Polizisten davon informiert worden. Doch die Polizisten lassen niemanden mehr heran an ihren Einsatzort. Nicht einmal die Betreuer der Einrichtung. Obwohl die Andrea H. kennen und ihr Vertrauen genießen. Man hätte in dem Moment den Einsatz unterbrechen können, eine neue Lagebeurteilung herbeiführen, sich besprechen, gucken, ob es Personen gibt, die dazu Beruhigung beitragen und möglicherweise den Einsatz ganz abbrechen. Hier lief er automatisch durch, ohne dass wir was dazu beitragen konnten, ihn in irgendeiner Weise glimpflich zu beenden. Es hätte an ihrer Ehre quasi gekratzt, wenn sie sich zurückgezogen hätten und gesagt hätten, okay, jetzt holen wir andere, die das Problem lösen, die vielleicht dafür psychologisch besser qualifiziert sind oder auch von der Ausrüstung her besser qualifiziert sind. Das sind diese Dynamiken, die wir eben auch in unseren Studien festgestellt haben, wo dann im Grunde genommen die rationalen Entscheidungen zurücktreten zugunsten einer Entscheidung, ich will das jetzt zu Ende bringen. Eingreifen müssen die Polizisten jetzt eigentlich nur, falls Andrea H. andere Menschen gefährdet. Oder sich selbst. Doch sie hat sich nur in ihrem Zimmer verbarrikadiert. Trotzdem beziehen die Bereitschaftspolizisten Stellung. Zwei Beamte mit Schild, dahinter zwei Polizisten mit Reizgassprühgeräten, der Zugführer mit Pistole, vor ihm ein Mann mit einer Ramme. Das Mittel der Ramme verstärkt natürlich die Bedrohungssituation. Das würde auch die Bedrohungssituation für jeden Gesunden über jedes Maß hinaussteigern. Und beim Psychosekranken kann man sich das gar nicht vorstellen, was das auslöst. Eine existenzielle Vernichtungsangst. Wie im Übungsfilm brechen die Polizisten nun die Tür auf. Mit Stahlschild drängen sie hinein, benutzen Pfefferspray. Vom Reizgas blind fuchtelt die Kranke mit dem Messer, aber ohne jemanden zu verletzen. Weil in der Reizgaswolke ein Polizist einen Schritt zurückmacht, wähnt ihn sein Zugführer in Lebensgefahr. Sofort schießt er der Kranken in den Oberkörper. Fest steht, dass es nach all dem, was wir polizeitaktisch wissen, schiefgelaufen ist. Da sind Fehler gemacht worden. Und ungeachtet jetzt mal der strafrechtlichen Begriff. Langst ist er auch in einer psychotischen Starre. Er hält krampfhaft an dem fest, von dem er denkt, das kann ihn beschützen vor all dem Übel, was ihm da widerfährt. Er hält sich an dem Messer fest, könnte man auch sagen. Passanten filmen, was dann geschieht. Man sieht jetzt ganz offensichtlich, die Person ist schutzlos am Boden. Sie ist aber auch nicht in der Lage, von sich aus irgendeine Gefahr darzustellen. Er kann nicht mehr aufstehen, er ist ja ans Bein getroffen. Spätestens jetzt wäre die Gelegenheit zu sagen, okay, wir ziehen uns ein oder zwei Meter zurück und warten eben, bis eine geeignete Eingreifstruppe da ist, die eben mit entsprechenden Schutzausrüstungen versehen ist und da auch darauf trainiert ist, so jemanden eben in Gewahrsam zu nehmen oder auch ein Psychologe da ist, der dort gegebenenfalls dann mit der Person spricht. Es ist niemand gefährdet. Jetzt wird versucht, noch Pfefferspray auf die Person zu sprühen. Auch ein klassischer Fehler, man weiß genau, dass Pfefferspray bei psychisch kranken Personen eher noch die Aggressivität anregt. Das sind ja Liter von Pfefferspray, die da versprüht werden. Nochmal mit einer größeren Dosis Pfefferspray. Ganz offensichtlich sind jetzt die Polizeibeamtinnen und Beamten hier oder fühlen sich herausgefordert, die Situation zu Ende zu bringen. Man will nicht auf sich sitzen lassen, dass man es nicht geschafft hat, den festzunehmen bislang und will jetzt unter allen Umständen, das ist so etwas wie Polizeiehre, das zu Ende bringen. Jetzt kommt eine weitere Eskalationsstufe, absolut unnötig, den Hund auf die Person zu hetzen. Es gab überhaupt keine Gefahr mehr, die von der Person ausging. Was das sollte, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also da ist doch ziemlich alles falsch gemacht worden, was man falsch machen kann. Nach zwei Wochen im Koma erliegt André C. seinen Verletzungen. Seither kämpft die Mutter darum, dass den Polizisten der Prozess gemacht wird. Schulbuchmäßig ist es eindeutig entweder eine vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge. Wenn man eine Notwehr bejaht, ist es ein Notwehrexzess von dem Zeitpunkt aus, wo die Person am Boden liegt. Also alles das, was wir unseren Studierenden an der Hochschule beibringen, wenn man das anwendet, müssten zumindest einige der Polizeibeamtinnen und Beamten verurteilt werden. Anders die Staatsanwaltschaft. Gegenüber dem Kranken hätten die Polizisten wörtlich alles versucht, um ihn möglichst schonend zu überwältigen. Zitat Ende. Das Ermittlungsverfahren wurde deshalb eingestellt. Ebenso wie das um den Tod von Manuel F. im Neptunbrunnen und den von Andrea H. in der betreuten Wohngemeinschaft. Folge? Kein Prozess, also keine öffentliche Aufarbeit. Wo Polizeibeamte im Umgang mit psychisch kranken Fehler machen. Dass diese Fehler tödlich enden, diese Fälle nehmen zu leider, weil eben auch die psychischen Störungen und die Ausprägungen zunehmen. Alleine in den letzten fünf Jahren wurden bundesweit 38 Menschen durch Polizeikugeln getötet. Nur ein kleiner Teil der Erschossenen, hier schwarz, waren Kriminelle im engeren Sinn. Beziehungsweise die Hintergründe sind unklar. Hingegen waren rund zwei Drittel der von Polizisten getöteten psychisch Kranke, Verwirrte oder Lebensmüde. Eine erschreckend hohe Zahl, die jedoch unbekannt ist, weil die offizielle Statistik sie gar nicht erst erfasst. In der Mehrzahl starben Kranke und Verwirrte. Weil sie womöglich gefährlicher sind als Kriminelle? Dass psychisch Kranke generell unberechenbar und gefährlich sind, ist ein Mythos. Es ist extrem selten, dass Menschen, die fremd sind, zu Opfern von psychisch Kranken werden. Zwar wurden im selben Zeitraum auch zwei Polizisten im Dienst getötet. Doch ausschließlich von Kriminellen. Psychisch Kranke, laut Statistik für Polizisten weniger gefährlich. Aber der Mythos von gefährlichen Irren ist gefährlich. Und zwar für den Kranken. Berlin-Reineckendorf im August 2011. Durch eine Polizeikugel stirbt die 53-jährige Andrea H. Getötet in ihrem Zimmer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Die Nachbarn in der Großsiedlung sind entsetzt. Weil es eigentlich eine liebe Frau war, finde ich das nicht so cool, dass da gleich geschossen wurde. Ganz ehrlich. Nun weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn die ganze Polizei dann schon gleich dabei war. Vielleicht bringt das so eine Leute zusätzlich in Panik. Ein polizeilicher Großeinsatz, der aus dem Ruder lief. Dabei ist der Fall zunächst Routinesache, sowohl für die Leiterin der Einrichtung, als auch für die beteiligten Verwaltungsbediensteten und Polizisten. An diesem Morgen soll Andrea H. bei Gericht vorgeführt werden. Zur Klärung ihrer weiteren Betreuung. Wir sind hier in einer WG für psychisch kranke Menschen, die rund um die Uhr betreut werden. Die Wahnvorstellungen haben und die zum Teil diese Wahnvorstellungen auch ganz massive Ängste hervorrufen. Frau H. gehörte zu denjenigen, die sich sehr in ihr Zimmer zurückgezogen hat, die ihren Schutz brauchte, sich dort ihre eigene Welt gebaut hat. So auch an diesem Morgen. Die Kranke reagiert panisch. Die Tests von den Schutzwesten. Das sogenannte vitale Dreieck, tatsächlich ein potenziell tödliches Dreieck im Bereich um Herz und Lunge. Obwohl die Beamten Schutzwesten tragen, obwohl in der Hauptstadt noch kein Polizist erstochen wurde. Training im sogenannten Schießkino. Schulmäßig der Versuch, einen flüchtigen Gewalttäter zu stellen. Zuerst die Warnung. Polizei! Keine Bewegung! Oder ich schieße! Dann der Notwehrschuss in den Oberkörper des Bewaffneten. Mehrere tausend Mal muss das ein Polizist in seinem Berufsleben üben. Wir müssen die Kollegen dazu bringen, durch ständiges Training ihre Handlung zu automatisieren. Diese Stresssituationen einfach so zu bewältigen können, dass automatisierte Handlungen dazu führen, dass sie rechtlich richtig korrekt arbeiten, ohne großartig nachzudenken. Rechtlich korrekt arbeiten? Ohne großartig nachzudenken? Also ich denke, dass es viele Fälle gibt, wo Polizeibeamte im Umgang mit psychisch kranken Fehler machen. Dass diese Fehler tödlich enden, diese Fälle nehmen zu leider, weil eben auch die psychischen Störungen und die Ausprägungen zunehmen. Allein in den letzten fünf Jahren wurden bundesweit 38 Menschen durch Polizeikugeln getötet. Nur ein kleiner Teil der Erschossenen, hier schwarz, waren Kriminelle im engeren Sinn. Beziehungsweise die Hintergründe sind unklar. Hingegen waren rund zwei Drittel der von Polizisten Getöteten psychisch Kranke, Verwirrte oder Lebensmüde. Eine erschreckend hohe Zahl, die jedoch unbekannt ist, weil die offizielle Statistik sie gar nicht erst erfasst. In der Mehrzahl starben Kranke und Verwirrte. Weil sie womöglich gefährlicher sind als Kriminelle? Dass psychisch Kranke generell unberechenbar und gefährlich sind, ist ein Mythos. Es ist extrem selten, dass Menschen, die fremd sind, zu Opfern von psychisch Krankenwerden. Zwar wurden im selben Zeitraum auch zwei Polizisten im Dienst getötet, doch ausschließlich von Kriminellen. Psychisch Kranke, laut Statistik für Polizisten weniger gefährlich. Aber der Mythos von gefährlichen Irren ist gefährlich. Und zwar für den Kranken. Berlin-Reineckendorf im August 2011. Durch eine Polizeikugel stirbt die 53-jährige Andrea H. Getötet in ihrem Zimmer, Drafrechtler Hubert Reiling. Nach erfolglosen Beschwerden gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens klagen Alexander und Enrico F. nun vor dem Bundesverfassungsgericht. Dabei hoffen sie vor allem auf die Beweiskraft von Videos, die Passanten filmten. Das war keine Notwehr. Da ist von Notwehr gar nichts zu sehen. So viele Leute. Manuel hätte man umgestupst einfach. Er hätte ihm doch ins Bein schießen können. Warum zielt er denn in Kopfhöhe? Ich weiß auch nicht, warum der Polizist mit einer Waffe da überhaupt reingegangen ist. Was soll das denn? Das ist ein nackter, kranker, geisteskranker, offensichtlich unter Drogeneinfluss stehender Mann, der da in einem Brunnen steht. Was erwartet der Polizist von einem Geisteskrankten? Hier ist polizeimäßig das diametrale Gegenteil gemacht worden, was in den polizeilichen Dienstanweisungen von diesen Waffenträgern verlangt wird. Der hätte niemals eine Waffe zücken dürfen. Der hätte ihren Bruder streicheln müssen oder auf ihn beruhigend einreden müssen. Oder den sozialpsychiatrischen Dienstruf an müssen oder das SEK. Ihr Sohn müsste heute noch leben. Die hätten mich anrufen können, ich wäre in einer Viertelstunde da gewesen und mein Bruder da rausgezogen. In einzelnen Fällen herrschen de facto texanische Verhältnisse. Ballern überforderte Polizeibeamte einfach drauf los. Wenn ohne Gerichtsverhandlung dieser Fall einfach wieder zu den Akten gelegt wird, dass das gar keine Konsequenz haben soll für den Polizisten oder für die Staatsgewalt insgesamt, dann besteht doch die Gefahr, dass sowas ständig wieder passiert. Weil es soll eine Signalwirkung auch davon ausgehen, dass in Zukunft solche Sachen eben nicht mehr so ablaufen und in Zukunft keine Unschuldigen mehr erschossen werden müssen. Wäre der Tod des psychisch Kranken vermeidbar gewesen? Wir rekonstruieren den Polizeieinsatz. Bilder einer Überwachungskamera etwa eine halbe Stunde zuvor. In einem Schnellimbiss hinterlässt Manuel F. mehrere zusammengeknüllte Geldscheine. Für ein Brotmesser, das er sich greift. Damit ritzt er sich draußen die Unterarme, bis sie bluten. Schließlich faltet er ordentlich die Kleidung. Er badet splitternackt. Kurze Zeit später geht in der Einsatzleitzentrale der Polizei ein Funkruf ein. Person mit Messerstichverletzungen im Brunnen, meldet ein Wachpolizist, der den Nackten mit gezogener Pistole zur Rede stellt. Er sei der Messias, entgegnet Manuel F. Und fügt sich einen weiteren Schnitt zu. Diesmal am Hall.